Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Finsternis über Almea. Im letzten Part haben wir zusammen mit Luana einige Kongiga-Einheiten hier in Havebrück zerstört. Und angeblich soll sich jemand von der, ich sag mal, Verbrecher-Organisation, von der eben diese Maschinen stammen, im Hafen befinden. Und dahin sind wir jetzt unterwegs. Ach, steht auch eine Speichereinheit. Naja, gut. Ja, wir sehen schon, scheinbar gibt es hier wieder eine von diesen merkwürdigen Maschinen. Havebrücke Hafen, genau. Hier haben wir das Meer. Oh, das ist schön hier, abgesehen von den verwirrten Pokémon. So, Radikal. Ziemlich verstohlener Typ. So ein paar nichtsnutzige Ranger latschen herum und zerstören die Kongiga-Einheiten. Echt schräger Typ. Nur weil wir so lange gebraucht haben, die Dinge aufzubauen. Ist doch nicht unsere Schuld, dass die so elendig schwer sind. Aber passt schon, wir haben einiges an Daten aus dem Experiment gewonnen. Wir sollten aus dieser Hinterwelt dagegen verschwinden, aber ohne unnützen Ärger. Experiment? Was für ein Experiment? Was sollen wir tun? Wir können nicht einfach so hier herumstehen. Riskieren wir es und fragen sie einfach. Bist du bereit? Ja. Entschuldigung bitte, aber wer seid ihr Leute? Könnt ihr uns bitte erklären, was genau diese Maschinen sind? Und was war das mit dem Experiment auf sich, das ihr erwähnt habt? Ihr Vandalen? Was habt ihr gegen Kongiga? Ihr solltet die Dinge... Ihr solltet Dinge mit Respekt behandeln. Wer wir sind, fragst du? Wir sind Team Nachtschatten. Wir sind ein Verbrecher-Syndikat, das von der Weltherrschaft träumt. Wir sind nach Havre rückgekommen, um mit den Kongiga-Maschinen zu experimentieren. Um zu sehen, ob wir damit Pokémon wie Marionetten kontrollieren können. Nachtschatten-Admin? Hey, Moment mal. Warum hast du denen das alles erzählt? Oh nein, ich dachte, ich könnte helfen. Ja, war sehr freundlich von dir. Sie haben meine Gutherzigkeit ausgenutzt. Aber mit etwas unfreundlicher Überzeugung werden sie schon vergessen, was sie wissen. Team Radfratz, greift an! Oh, jetzt gibt's Ärger. Ja, wir haben es mit Team Nachtschatten zu tun. Na? Also Gruppenfänge sind manchmal ein bisschen schwierig, weil immer irgendein Pokémon genau in die Fanglinie reinlatscht. Aber ich mag so Gruppenfänge. Oh, dafür habe ich sogar noch ein S bekommen. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Hm, ich habe mich unterschätzt. Aber diesmal wird es ernst. Los, Toxiquark! Oh, okay. Der nächste Bosskampf, ich nenne ihn einfach mal so. Gegen das Toxiquark vom Team Nachtschatten. Was machst du jetzt? Eine komische Giftwolke. Vielleicht kann ich ja jetzt mal effizient die Pokestärke von Pachirisu benutzen. Halbwegs. Problem an Toxiquark ist, dass es immer so rumhüpft. Das ist so ein bisschen nervig. Aber es wird. Die Leiste füllt sich. Na komm. Die Giftpfützen sind natürlich auch ein bisschen nervig. Aber was kommt jetzt? Oh, das ist auch so nervig, weil man ihn da nicht umkreisen kann in der Zeit. Ohne Schaden. Das ist die Hauptsache. Hat doch wunderbar funktioniert. Also ich sag einfach mal Bosskämpfe dazu, weil oben die Leiste ist ja schon was Besonderes. Und da stand ja jetzt gerade auch Bossgefangen. Dementsprechend. Also das war schon ein bisschen anspruchsvoller. Hat man auf jeden Fall gesehen. Das reicht. Es ist Zeitverschwendung, sie anzugreifen. Blast zum Rückzug. Wir müssen diese Kongiga-Einheit aber mit so ganz Versteck nehmen. Na viel Spaß. Sie ist schwer, aber die Strafe für Versagen wäre noch schwerer. Solche Kämpfe wird es auch öfters geben. Kann ich ihr jetzt schon mal sagen. Das sind quasi so ein bisschen die Pokémon-Kämpfe in diesem Spiel, eben diese Fangversuche. Sie entkommen. Wer hätte gedacht, dass sie übers Meer gekommen sind. Das Hochziehen der Brücke war also unnützer Aufwand. Aber kein Grund zur Sorge. Es mag nicht so aussehen, aber ich schwimme hervorragend, wenn ich das so sagen darf. Ich schnappe sie mir und schleppe sie mit Boot und allem zurück. Als Geschenk für euch. Ich kümmere mich schon um alles. Na, ob das so eine gute Idee ist? Er ist mit den Sandalen zwischen den Zähnen ins Wasser gesprungen. Glaubst du, dass er das gut übersteht? Da kommt man also nichts an, wieder zum Angeln, nachdem die Pokémon ruhig sind. Und was ist das Erste, was ich sehe? Stegner, der mit den Sandalen im Mund aufs Meer hinausschwimmt. Wollen wir das irgendwer erklären? Er ist ein paar Schurken auf den Fersen, die in einem Boot fliehen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Oh, ich glaube, ich habe verstanden. Ich kümmere mich schon um alles. Habe ich recht? Das ist nichts Neues. Lass ihn einfach sein Ding machen. Er kann schwimmen, schön, aber er wird sicher kein Boot einholen. Der ist bald wieder hier. Das ist doch unmöglich. Habebrück ist für seine salzige Seeluft bekannt. Und für Stegner hier. Junge, Junge, bin ich froh, dass Stegner sicher zurückgekommen ist. Ich muss ein Geständnis ablegen. Ich hatte noch nie so eine gefährliche Mission. Wir haben der Ranger-Basis wirklich eine Menge zu berichten, was? Ich werde sie auf dem Weg zurück nach Briesenau schon mal per Voicemail informieren. Okay, damit sind wir hier erstmal fertig. Aber ich mag die Stadt wirklich. Die ist sehr, sehr schön. Wir haben unsere Mission erfolgreich hinter uns gebracht und müssen jetzt zurück nach Briesenau. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen laufen. Es gibt auch noch sehr, sehr viele Aufträge hier in Habebrück. Habebrück ist generell so ein bisschen... Das kann man vielleicht hier sehen auf der Karte. So ein bisschen das Zentrum, könnte man sagen. Weil da oben ist ja noch ganz, ganz viel, wie man sieht. Und rechts auch noch. Dementsprechend Habebrück ist wirklich so ein bisschen das Zentrum. So von der Weltkarte her. So. Und ja, es gibt noch einige Aufträge hier zu erledigen. Wie wir es ja auch im vorletzten Part gemacht haben. Und dementsprechend, wir werden uns hier auf jeden Fall noch ein bisschen umsehen. In den Häusern, in der Stadt, also keine Sorge. Aber erstmal würde ich ganz gerne zurück nach Briesenau und Bericht erstatten. Weil es ist, wie gesagt, nicht unser letzter Besuch hier in Habebrück gewesen. Was möchtest du denn? Ranger, sieht er nun meinen traurigen Zustand an. Ich bin schweißgebadet und völlig außer Atem. Im Wald da vorne haben einige zwielichte Gestalten ein paar Holzkisten weggeworfen. Sie stehen im Weg und sind die reinsten Schandflecken. Ich habe sie zerschlagen und wegtransportiert. Bin aber an meine körperlichen Grenzen gestoßen. Ja, wir können ja mal schauen, was wir tun können. Noch zwei Kisten, okay. Ich meine, der stand jetzt hier so demonstrativ rum. Da habe ich gedacht, kann man das ja mal machen. Äh, wo sind denn die Kisten? Das wäre so das Erste damit. Ich weiß, wie ich die beseitigen muss. Da ist eine. Zertrümmern eins. Ah, da sind zwei. Ist hier irgendwelche Pokémon, die zertrümmern können? Äh, Scheinuchs, lass mich in Ruhe. Kann das wohl Naira nicht zertrümmern? Ich kann es gerade nicht nachgucken, weil dieses Scheinuchs so lästig ist. Schauen wir mal. Also Bidiza, klar, aber da habe ich gerade keins gesehen. Mal eben gucken. Und ein bisschen Erfahrung kann ja auch nicht schaden. Nein, Scheinuchs, lass mich einfach in Ruhe. So, du kannst... Will dich antippen. Du kannst zertrümmern, sehr gut. Dann können wir das ja eben erledigen. Dauert ja nicht so lange. Ist ja quasi auf unserem Weg. Ähm, so. Jawohl. Zack. Und ich meine, die Kisten sehen ja auch wirklich nicht gerade hübsch aus. Deswegen machen wir die mal eben weg. Ich hasse es sowieso, wenn irgendwo im Wald oder so, wenn die Leute dann erstmal ihren Müll da überall hinwerfen. Ich finde das so ätzend. Es gibt Mülleimer. Die stehen da nicht nur zur Deko, aber nein, man muss genau daneben werfen. Und ich hatte ja auch schon gesagt, ich finde die Aufträge wirklich eine sehr gute Sache. Es gibt aber, wie gesagt, wahnsinnig viele Aufträge. Also ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind schon sehr, sehr, sehr viele. Deswegen mal schauen, wie viele ich davon machen werde. Ähm, da ist die andere Kiste. Zack. Zack. Dankeschön, Monaira. Ja. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, dass man immer zur Berichterstattung zurück muss, aber gut. Ist denke ich auch kein Problem. Der stand ja hier direkt irgendwo. Da. Danke, Ranger. Du hast deinen Teil dazu beigetragen, die Schönheit des Waldes zu erhalten. Immer wieder gerne. Und Luana ist verschwunden. So. Und so, du bestätigst, dass du einen Auftrag geschafft hast. Das ist vollkommen korrekt, woher auch immer du das weißt. Was kriegen wir denn Schönes dafür? Käferabwehr. Warum nicht? Ich meine, man sieht ja auch, da ist noch einiges an Platz und da ist ja auch eine Eins daneben. Das lässt ja schon darauf schließen, dass das wahrscheinlich nicht die einzige Käferabwehr ist, die man bekommen kann. Also kann man sich denken, dass das noch einige Aufträge sind. Aber manche davon sind echt spannend, wie ich finde. Also die Leute, die das Spiel schon gespielt haben und kennen, die wissen vielleicht, was ich meine. Es gibt ja so gewisse Aufträge, wo man keine Upgrades bekommt als Belohnung, sondern so ein paar andere Sachen. Von euch liebe ich die Aussicht hier immer noch. Und diese Aufträge möchte ich auf jeden Fall machen. Die Bibor sind aber auch anhänglich. Meine Güte. Nein. Komm her. Es ist auch so ein bisschen unfair, wenn die genau am Bildschirmrand sind, weil dann kann man auch ganz schlecht Kreise ziehen. Aber gut. Einmal hier runter, nicht unbedingt in die Pokémon reinrennen. Also ich bin auch so jemand, ich level nicht bewusst meinen Fankom. Also ich fange jetzt nicht jedes Pokémon, um meinen Fankom zu leveln, weil ich finde, das ist nicht nötig. Es gibt so viele Kämpfe in diesem Spiel, also ich nenne sie mal Kämpfe, wie gerade gegen das Toxiquark oder gegen die Radfratzarmee, die man eben machen muss und durch die man eben auch Erfahrungspunkte bekommt, dass ich nicht denke, ich bin schon wieder falsch gelaufen, dass es nötig ist, da noch extra Pokémon zu fangen. Ich laufe hier übrigens immer falsch, das weiß ich nicht, warum. Aber wenigstens habe ich es noch gemerkt. Und jetzt dürften wir auch schon wieder da sein. So. Ab in die Ranger-Basis. Wir melden uns zurück. Oh, hey, gut gemacht, ihr zwei. Luana, warum das lange Gesicht? Wie schon per Voicemail berichtet, bin ich sauer, dass diese Typen mit dem Nachtschatten entkommen sind. Dass diese Typen mit dem Nachtschatten? Noch schlimmer ist, dass sie auch eine dieser verbliebenen Kongiga-Einheiten haben. Du bist zu hart zu dir selbst. Ihr habt mehr als genug für einen Neuling und einen Ranger im zweiten Jahr getan. Was mich erheblich mehr beschäftigt, ist dieses Team Nachtschatten. Was hat es vor? Naja, ihr habt euch gut geschlagen. Mission geschafft! Professor Hastings und Eleonora nehmen diese Kong-Gogi-Maschine auseinander. Was? Kong-Giga? Nicht Kong-Gogi? Ach, kommt schon. Ihr wisst, was ich meine. Solange der Teil mit dem Kong richtig ist. Du musst total fertig sein. Willst du dich ein bisschen aufs Ohr hauen? Klar. Gute Arbeit. Weiter so. Am nächsten Tag. Ich liebe diese Ladezeiten. Immer noch. Eleonora hat die ganze Nacht hindurch gearbeitet, um den Kong-Guga zu zerlegen. Wie? Kong-Giga? Nicht Kong-Guga? Egal. Hält euch nicht an Details auf. Behaltet lieber das Ganze im Auge. Wo wir gerade davon reden, die Resolute Ute ist mit einer großen Ladung Milchpudding da. Also esst, Leute, esst. Milchpudding! So sagt unser Mülltank Danke. Der Pudding wird euch jede Menge Energie geben. Das ist aber nett. Der Kerl weigert sich, irgendetwas zu sagen. Steck ihm einfach einen Löffel in den Mund. Das reicht vollends. Jetzt mal ganz still. So behandelt man doch niemanden. Er sieht am hungrigsten von allen aus. Wie war sein Name doch gleich? Olli? Jetzt ist erstmal auf. Hier, ich füttere dich. Und? Ist der nicht genauso lecker, wie ich es versprochen habe? Ja, gut so. Hier noch einen. Du brauchst es nicht zu kauen. Schön langsam nichts verschütten. Wenn es nicht reicht, kann ich dir so viel du willst nachholen. Am, am, am. Ich... Ich verdiene das nicht. No. Ich... Ich... Der Waldbrand im Briseforst. Dieses Feuer. Ist alles meine Schuld. Ich bin so ungeschickt. Ich habe Treibstoff für den Kongiga verschüttet. Er ist überall hingespritzt und dann... Ein Funke von der Zündkerze hat den Treibstoff entzündet. Das Feuer hat sich rasend schnell ausgebreitet und dann... Ich kannte die Typen nicht mal, habe einen vor langer Zeit getroffen. Er hat gesagt, ich könnte schnelles Geld machen und da habe ich zugestimmt. Ich wusste nicht, was ein Kongiga war oder wer die waren oder so. Es tut mir leid. Alles meine Schuld. Sein Milchpudding war lecker. No. Wie soll er denn seine Tränen wegwischen, wenn er so gefesselt ist? Hey Svenja, mach Olli los. Wieso ich? Die resolute Ute war so nett zu mir. Das erinnert mich richtig an meine Mutti. Machst du ihn bitte los? Ich allein bekomme das sowieso nicht hin. Okay. Er ist sicher ziemlich schwierig loszubinden. So fest, wie wir ihn gefesselt haben. Ich helfe dir. Dreh, dreh, dreh. Eleonora, da muss doch irgendetwas Nützliches in deiner Werkzeugkiste sein. Okay. Dreh, 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 dreh. Schnapp. Und damit ist das Teil gelöst. Oder zerschnitten, wenn man es genau nimmt. Ein Hurra für Eleonora, die Entfesselungskönigin. Händlich frei. Übertreib es nicht. Na gut, Leute, die Pause ist vorbei. Resolute Ute, vielen, vielen Dank für deinen stets leckeren Milchpudding. Und Olli, du kannst nach Hause gehen. Danke, dass du uns doch noch erzählt hast, was passiert ist. Wir wissen jetzt, dass du nur von dieser mysteriösen Bande benutzt wurdest. Und jetzt fängt diese Bande an, uns ernsthaft Ärger zu machen. Ihr Name, Team Nachtschatten. Ich möchte, dass jemand hier in der Gegend auf Patrouille geht. Nur zur Sicherheit. Mal sehen. Svenja, du machst das. Okay. Ach übrigens, das Almia-Journal hat einen großen Artikel über den Zwischenfall in Hawebrück gebracht. Oh. Das Almia-Journal Nummer 5. Aufstand der Hawebrücker Pokémon. Heldenhafte Ranger. Yay. Die gleichen Maschinen wie im Briseforst. Team Nachtschatten. Das ist aber ein verschwommenes Foto. Das hätte man aber besser machen können. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal, ob noch irgendwer unsere Hilfe braucht. Ich weiß es jetzt auswendig gar nicht. Svenja, warte bitte mal. Meine Freundin wohnt in Schikolingen. Ich würde gerne wissen, wie es ihr geht, aber ich bin echt schlecht in solchen Sachen. Ich schäme mich zu sehr, um allein zu gehen. Bitte kannst du nicht mitkommen. Ja, deine Freundin wohnt da. Wenn du euch erinnert. Ganz am Anfang, als wir den Brise-Nauer-Boten ausgetragen haben, auch in Schikolingen, da gab es eine Frau, die hat so ein bisschen was erzählt. Und, also ich bin der Meinung, sie hat Olli gemeint. Große Schwester. Hast du schon gehört? Ist echt gruselig. Auf der Partner-Farm ist ein Geisterhut. Ein Geisterhut? Hier entlang, große Schwester, schnell! Mein Problem kann warten. Ich glaube, der Geisterhut ist viel wichtiger. Na, dann gucken wir uns mal den Geisterhut an. Ähm, einmal hier entlang. Du bitte was, große Schwester. Ach du liebes bisschen, der Hut bewegt sich. Es ist ein Geisterhut. Fast. Unter dem Hut war ein Ziel Purze. Ja, okay. Können die Noten mal bitte verschwinden? Hör auf, Noten einzusetzen! So. Die haben den Geisterhut gefangen. Oh, da war ein Ziel Purze im Hut. Das ist ja so niedlich. Dachte mir, dass es sowas sein musste. Jo, das habe ich die ganze Zeit gesagt. Ich habe das gesagt, erinnerst du dich? Na klar. Das Tier Purze scheint dich zu mögen, große Schwester. Zier Purze hat sich dir als Partner-Pokémon angeschlossen. So schnell kann es gehen. Du weißt aber, dass dich immer nur ein Partner-Pokémon begleiten kann, oder? Oh, das arme Zier Purze. Muss es jetzt Tschüss sagen? Oh nein, muss es nicht. Du kannst Partner-Pokémon, die du auf der Reise nicht mitnimmst, zurücklassen. Alles, was du brauchst, ist ein sicherer Ort, an dem sich die Pokémon aufhalten können. Und du musst jemandem vertrauen, der sich um zurückgelassenen Pokémon kümmert. Du kannst deine Partner-Pokémon an diesem sicheren Ort jederzeit tauschen. Zum Beispiel kannst du heute mit Zier Purze und morgen mit Pachirizo losziehen. So hat mir das jedenfalls Eleonora erklärt. Na, wenn das so ist, können wir das jetzt zu deinem Treffpunkt machen. Und wie der Zufall so spielt, dreht dieser Ort sogar den Namen Partner-Farm. Was für ein Zufall. Wirklich? Danke, Vati, danke. Das ist perfekt, große Schwester. Jetzt kannst du nach Hause kommen und jederzeit dein Partner-Pokémon tauschen. Vergiss es nicht, das ist nämlich wichtig. Wenn du dein Partner-Pokémon tauschen willst, komm zurück zur Partner-Farm. Wäre es in Ordnung, wenn wir jetzt mein Problem angehen? Klar. Aber ich werde mit Pachirizo weiterspielen, ich bin nicht so der Fan von Zier Purze. War das hier, direkt nebenan? Ja. Mutti, es tut mir leid, dass ich dich hier so lange allein gelassen habe. Das wollte ich nicht. Ich, ähm, wie soll ich das sagen? Ich bin so ungeschickt und tollpatschig. Ich versage bei allem, was ich mache. Mutti, ich mache dir immer Sorgen. Das ist alles, was ich jemals gut konnte. Aber, ähm, ich möchte... Bitte, es tut mir leid und, ähm... Ich bin zu Hause, Mutti. Alles, was ich dich jemals sagen hören wollte, war... Ich bin zu Hause. Nicht, dass es dir leid tut oder dass du mir Sorgen bereitest oder dergleichen. Nichts davon ist wichtig für mich. Nichts könnte mich je glücklicher machen als dein... Ich bin zu Hause. Und du siehst gut aus. Willkommen daheim, mein Sohn. Ich bin froh, dass du zurückgefunden hast. Es war keine Freundin, sondern meine Mutti, die ich sehen wollte. Tut mir leid, dass ich dich belogen habe. Ich kam mir so blöd vor. Wie süß. Sie hat ja auch damals was gesagt von ihrem Sohn, wenn ihr euch erinnert. Große Schwester! Zierpurze hat sich endlich beruhigt. Du solltest mal sehen, wie es sich macht. Wir können ja mal vorbeischauen bei Zierpurze. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. So, da ist es. Und ich könnte jetzt meinen Partner-Pokémon tauschen, wenn ich wollte. Aber wie gesagt, ich bevorzuge Pachirisu. Gut. Ich würde aber sagen, wir machen Schluss für heute. Wir haben schon wieder 25 Minuten voll. Dementsprechend würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Finsternis über Almir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschau Leute. Tschau Leute.